mal neu So, den einen habe ich jetzt mal disconnected und connected den jetzt einfach mal neu. Das mache ich mit dem zweiten auch. Das ist glaube ich das Beste. So, autorisieren. Okay. Müsste dann jetzt erstmal wieder funktionieren. So, nächster Versuch. Oha. Ah, ja wir kommen der Sache schon näher. Okay. So, da hoch. Kommon! Nein! Oh, bitte! Nein! 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 Fuck! Oh! Hallo Rabbids! Guten Morgen! Verdammt! Ich will da jetzt rauf! Pfff! Scheiße, Mann! So'n Dreck! So'n Dreck! Gut! Okay! Oh! 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 Was! So'n Dreck! Was! So'n Dreck! So'n Dreck! So'n Dreck! So'n Dreck! So'n Dreck! Dreck! So'n Dreck, Mann! Pass auf! Jetzt bin ich gleich da oben, und das nur wegen der Aussicht! Yay! So! Okay! Okay. Nächster Versuch. Ich will da jetzt rauf. Och Gott, ich war doch schon fast da! Nö. Nee. Dbd ist am Freitag wieder dran. Äh, am Samstag. Am Samstag. Jetzt sag mal bitte nicht, du hast was geklippt hier. Ja, ich kann den meisten Training wieder looten. Danke, John. Wollte mit dir zocken. Oh, nö, 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 nö! Ach, Mann, oh! Scheiße! Ich war doch schon oben, verdammt! Das ist doch ne Wichse, ist das doch, ey! Mann, oh! Das ist ein Clip wert, na bravo! Dbd ist dann wieder Open End am Samstag bei mir, mein Lieber! Und, ähm... Ja, morgen Abend ist Fortnite dran. Und, äh, Fortnite kriegt ihr übrigens auch ein neues Update. Das kommt auch dann heute. Da gibt's noch ein paar Neuerungen, äh, die kann ich dann auch direkt zeigen. Freddy zeig ich dann am Samstag. Wow, Trini, einfach nur wow. Was denn? Oh mein fucking Gott! Leck mich! Was denn, Mucki? Oh, nein! Oh,nö! Nö! 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 Ich hasse dich! Oh! Oh, Mann, oh! Ernsthaft! Geul heiße Chantal! Ich heiße nicht Bader! Scheiße! Mann! Yay! Ich hab's! Wuhu! Oh, Backe! Geklippt! Nein! Mach doch nicht sowas, Mann! Okay! Ah, okay! Alles klar! Ja, GG! Das machen die doch mit Absicht, dass das Ding sich jetzt ausgerechnet so zu mir dreht, ne? Aber 100 pro! Ach, Mist, ist aufgebraucht. Ich müsste eigentlich schlafen. Ja, äh, ich auch. Ich auch. Ich auch, ich auch. So. Okay. Ich muss ja offenbar irgendwie da hin, ne? Oh, bitte! Ernsthaft? Wow! Dein Ernst? Die zwei stehen da völlig locker rum und denken sich, ja, da fällt was runter vom Himmel. Läuft! Fuck you! Ah, da muss doch bestimmt irgendwas oben sein, jetzt mal ohne Scheiß. Also, da muss, irgendwas muss da sein. Sonst würde ich doch, glaub ich, nicht da hoch können, oder? Ah! Ähm, hallo? Der dreht sich nicht mit! Ernsthaft? Wisstu wat? Bloß jetz. Mitkomm. Mitkomm. Ich war oben drauf und ich hab mich nicht mitbewegt. Dein Ernst? Arschloch. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Leck mich, dann kann der Tresor mich mal. Ah! Ah, hier muss doch irgendwo die Möglichkeit sein für die Kombination. Hm. Nicht aufgeben. Doch, ich gebe jetzt auf, weil wenn ich mich da oben schon nicht mitdrehe, dann fall ich beim nächsten, fall ich jedes Mal runter, wenn, wenn das Ding sich da oben bewegt. Und da sich das Ding da oben die ganze Zeit bewegt, kannst du das vergessen. Das ist dann, äh, sinnbefreit. So, lass mal gucken. Ach, hier waren wir auch schon mal. Hier waren wir schon mal. Ja, klar. Ja, 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 hier waren wir schon mal drin. Tatsächlich. Oh man, den kann ich auch nicht, den kann ich, oh, den kann ich auch nicht machen. Verdammt. Ne. Falk, steh mir nicht im Weg rum. Muss da aber bestimmt irgendwo ne, die Kombination sein. Also normalerweise ist es ja so, dass du wirklich einen Hinweis auf die Kombination irgendwo hast. So hab ich es bisher, so war es bisher immer zumindest. Ähm, okay. Äh, der Spin ist leer, okay. Stimmt, hier hat man noch die, ähm, Soldaten platt gemacht, ich erinnere mich. Oh, hi. Bye. Ah, okay. Ah. Ah. Mah, uh. Ah. Ah. Loll! Oh Mann! Oh, je B. Mach mich jetzt in die nächsten. Was? Ihr spinnt doch! Oh Gott, hier sind sogar zwei von diesen Robotern, ey. Ach du Scheiße. Ja gut, da ist er, Falk. Wunderbar. Echt jetzt eine Mine im Haus? Euer Ernst? Die haben das Innenhaus vermied. Guckt euch das mal an, ey. Die sch... Oh, sag mal. Sind die eigentlich Mäschucke oder was? Glaub's ja wohl nicht. Einglöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ja, ist, äh, fraglich, ne? Ist fraglich. Das Problem ist halt, schlicht und ergreifend, du bist oben auf der obersten, äh, da auf diesen Drehdingen und du hast halt das Problem, das bewegt sich die ganze Zeit. Dadurch, dass du dich aber nicht bewegst, rutschst du automatisch runter. Das ist das Problem. Oh, hi, Roboter. Oh, oh. Oh, no! Mist. Oh, oh. Oh, oh.